Ey Leute, hier ist wieder euer Lieblings-Influencer, Diego, der Boss. Leute, ich bin gerade wieder fett am Feiern. Kommt mal alle in den Hafen. Bei Bromo in der roten Laterne steigt die Sause eures Lebens. Es gibt gratis Getränke bis 0 Uhr. Und Xabas legt heute Abend seine 90er-Pilz auf. Alle wichtigen Leute sind da. Lord Hagen, Halvo und sogar die Wasser-Magier lassen sich hier blicken. Also kommt vorbei.